Hallo liebe Freunde, Fans, Verfolger und Mütter, ich habe mal wieder eine kleine Ansage zu machen. Und die wäre als erstes ein großes Dankeschön, denn ich habe meine EP, die Mora EP, gratis zum Download bereitgestellt, aber sie auch auf iTunes und Spotify und auf Musicload und so weiter überall listen lassen. Und ihr habt mich durch die Käufe, mit denen ihr mich einfach nur unterstützen wolltet, obwohl es gratis ist, in die iTunes Charts auf Platz 5 im Rap-Bereich katapultiert. Und das ist ja keine Selbstverständlichkeit bei einem Free Release. Also an dieser Stelle erstmal ein großes, großes Dankeschön. Und da stellt sich ja die Frage, was macht der Pancinello mit dem ganzen Geld, was er dadurch eingenommen hat? Und ich habe mir überlegt, ich habe einfach CDs pressen lassen von der Mora EP. Und die gibt es jetzt gratis zu jeder Bestellung, die wir in unserem Shop haben, bis zum 19.08. dazu. Das heißt, wenn ihr einen Shirt bestellt oder sonst was, wenn ihr noch keins habt, kriegt ihr halt eine dieser wunderbaren CDs einfach gratis dazu. Geht auch, wenn ihr was bei Tumor der Atze bestellt oder bei meinem hier Kollegen Atzmüller. Und der Link ist hier eingeblendet, nein Spaß, der ist hier eingeblendet. Und dann können wir uns alle in Keks freuen. Und wir haben auch die Punch-Aroganz-T-Shirts, also diese hier jetzt in Neonfarben. Das heißt, das gibt es jetzt auch mit Neongrün, Neonorange, Neongelb und Neonsexy-Style. Also würde ich mal sagen, Schlag zu, bis zum 19.08. geht es ja wie gesagt nur. Ja. Und ich würde mal sagen, das wäre es auch soweit. Ja, das wäre es.